Willkommen zurück bei Wisen. Wir sind hier gerade ein bisschen unter Beschuss quasi Oh shit, da ist er wieder. So, den müssen wir platt kriegen. Da kam noch einer. Ich hau mal kurz ab. Oh Gott, sag mal, es kam da nicht so weit. Geflogen. Ah shit. Du merkst das Beste. Wir wollen mit einem 2-3-4-5-1-2-4-4-5-4-3-4-5-4-5-4-5-4-5. Oh shit. Alles gut. Was ist denn von der solo-B4? Ach, was mir verletzt ist. Ich weiß nicht mehr. Oh, was? Das wird wohl nichts. Das wollte ich machen. Eieiei. Das war's. Ich dachte... Auf einmal los! ich hab halt ich weiß es nicht genau wie man den am sinnvollsten oh shit der große ist auch schon wieder da ich hab es geschafft dass er umfällt ja 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 Was? Das ist nicht klar. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. So weit hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal seine Unflank mit Wäldern und nicht ein Spreifen. Das war's. 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 So. So. Das war's. 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 war's. Das 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 war's. Ein schönes Feuer. Ein robustes Zelt. Ich wollte eine gute. Alter, die ganzen Tutorials hier. Freifäch wird Inventar. Das ist der Schmiedefeuer. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ja, oh. Schick. Das können wir nicht nehmen. Das können wir nehmen. Ich glaube schon wieder kein Platz mehr. Wir sollen zum Sonnenpalast. Mit runden Schatten. 34. Ja, das hier. Irgendwie fehlt mir da noch was. Ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Gut, dann gehen wir mal zum Sonnenpalast würde ich mal sagen. Karte. Ach Gott, hier ist noch so aus der Schmiede. Hier ist noch einer. Direkt hier. Dann machen wir den. Ja. Dann machen wir den. Dann gehe ich da zum Lagerfeuer und dann holen wir uns den wahrscheinlich dann beim nächsten Mal. Mal. Das ist größer. Mann. 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 Ich sollte ihn ausschalten. So, da kann auch der Turm nichts mehr machen. Hey, Stufe 55 erreicht. Und da müssten wir doch drei Punkte haben. Wunderbar. Erhöhte Reitmaschinengesundheit und Reparaturgeschwindigkeit. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal das hier, dass wir die wieder mitnehmen können. Aber bald haben wir alles. Hm, etwas Vorrat. Joa. Ist hier eigentlich noch richtig? Ja, ich muss, äh... ...irgendwo abkürzen. Boah, Gott. Was ist das denn? Ja, jetzt weiß ich, was das war. Ja, was will ich hier im Wasser machen? Blöden unsichtbaren Gegner. Kannst du nicht viel machen. Keine Chance. Sagen wir, wo wir jetzt sind. Ich erinnere mich an die Zeit... Na gut, dann... ...reisen wir dahin und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich sag erstmal bis dann und... Ciao. ... ... ...